und jetzt holt er mich mit der tag hat er mich jetzt mit der tag gefunden getötet ich brauche eigentlich ich glaube mellis hat mir doch nicht alles hier allerdings ist ja auch dabei die lassen ja alles offen aber es ist mir schon wieder auffällt ich weiß nicht ob es ist weil ich nervös bin aber ich bin on stream so ich spiele irgendwie anders es kann nicht sein dass ich nervös bin ich habe so ich habe so angst dass ich so schlecht das spiel glaube ich und das hier dann kann er hat den besten ping ja okay ich bin nach frankfurt gezogen damit er einfach jeder wand halten kann das war ich fraut als ich fraut Knall ich fraut Nein! Jetzt pickaxe doch die Scheiße! Jetzt krieg ich einmal ne Spaß und dann habe ich die sind Gegner, äh, die sind Mates auch noch, dass die mir auch noch den Kills wegnehmen. Oh, das war's! Was ist das? was der lässer war immer offen was ein anti-made die neue testatur die ist so quick hat die mann von euch ich bin so schlecht gerade er klettert auch ich finde auch klettern ist so schlecht dass sie das reingemacht haben mag das gar nicht ich wurde gesnipet mit er ja alles gesehen hat jemand so quick ich habe 9 builds habe ich eigentlich, ach die pump ist so geil, wirklich, also dies hauer striker, während andere mit der spaßbauen, wie ist das denn fair, ich habe hinter mir immer wieder, oh, warte mal, da ist ein teammate, was, wieso ist das denn, ich habe mich nicht geholfen, 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 Wie findet ihr ja Dings? Wie findet ihr Late Game Arena? Also wie findet ihr das jetzt wieder so kacke ist eigentlich? Also nicht wirklich kacke, aber nicht so nice wie der Form. Guckt eigentlich schon, geht eigentlich. Es geht auf jeden Fall, aber ich finde halt, dass es halt irgendwie so ein bisschen zeigt, dass die gar nicht juckt. Weil sonst hätten die das gut probiert. Die haben 100.000 Likes auf den Tweet bekommen. Ungefähr. Und die raffen es nicht, es einfach wieder so hinzukriegen, wie es jeder gemocht hat. Verstehst? Ja, was, viel lebt er noch? Also die kriegen 100.000 Likes auf einen Tweet. Jeder freut sich auf den Modus. Und dann verkacken sie es einfach. Finde ich irgendwie. Nein. Auf jeden Fall, weißt du. Aber es ist schon... Man kann es auf jeden Fall spielen, so ist es nicht. Und ich würde sagen, dass die Spaß daran gemacht haben. Hätten die auch einfach nicht machen können. Man darf ja nicht nur die negativen Schaden sehen. Sagen wir mal die positiven. Ich bin mal die Kfe, was auf jeden Fall ist es nicht in der Zwischenzeit. Ich werde dich machen. Ich bin so rein. 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 also man kann es ja man muss ja irgendwie man muss halt auf ihm drücken um zu haben aufzuheben und man normalerweise halt durchlaufen kann wenn ich ihn schon genockt habe dann kann ich ihn auch resten aufwarte mal da ist einer nein ich hab so verkackt